Hey Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt von Age of War 2, was vor kurzem vorgeschlagen wurde. Ich habe Age of War 1 gemacht, ich weiß aber nicht, ob es dieselbe Art von Spiel ist, irgendwie heißen die gefühlt, die haben wir aber alle gleich. Classic oder Generals, Play the Origin of 4 Levels of Difficulty, die normalen üblichen 4 Level an Schwierigkeitsgraden oder Spiele gegen 10 der größten Generäle aller Zeiten, wir nehmen das Classic Modus auf jeden Fall. Easy, Normal, Hard oder Insane oder Hackt Mode, wir nehmen mal normal. Insane, da sehe ich mich gerade irgendwie noch nicht so. So, um nächstes unser Leben, da können wir Spells, Casten oder Zauber sprechen and Advanced Ages. Okay, keine Ahnung, Units rufen, Türme bauen, Einheiten aufrüsten. So, Build a Tower. Mammut-Katapult, Egg-Riffle oder Rock-Sling-Shot. Machen wir das da. Zack. Rufen wir einfach mal alle Infanterie-Damage und wo, okay. Also es gibt einfach eine ganze Menge. Okay, die stehen alle hintereinander. Außer der ist ein Fernkämpfer. Okay, sinnvoll ist es also, den einen dann in den Arne zu rufen. Huch! Was kommt denn da an? Warum ist der Gegner so stark eigentlich, verstehe ich gar nicht. Wahrscheinlich, weil der seine Einheiten aufrüstet war. Und ich habe mir am Anfang erstmal einen Dino geholt, einen Dino-Hut. Also ein Dino hat. Wir können unser Einkommen aufrüsten. Mh, okay. Sollte man auch nicht vernachlässigen, nein. Von allen Ressourcen. Man merkt schon, dass die ziemlich zäh sind, die Gegner. Infantry, Armor. Der Sound. Kommen wir so bekannt vor. Ich habe kein Gold mehr. Ich glaube, mein Katapult hat schon ganz ordentlich Damage gemacht, ne? Muss man mal sagen. Ansonsten können wir hier nur mehr Dinger bauen, oder? Turret Damage, Armour, Upgrade, Armour, Units, Anti-Armour-Units. Okay. Ich glaube, ich habe hier noch ein paar Mal. Und wie das Einkommen auch zu erhöhen, ne? Und da kommen die Dinos. Das ist ja scheiße. Er hat also schon einen Dino-Hut gebaut. Einen Zauberkasten. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Dann würde ich sagen, bauen wir auch mal einen Dino-Hut. Um die Dinger craften, äh, bauen zu können. Income. Na, ich kriege halt sehr, sehr wenig Geld, ne? Wenn wir jetzt nämlich nicht jemanden töten. Oh, ich kann keine Ahnung mehr. Wie? Was? Wie kann er sich weiterentwickeln? Wie kann er sein Dings entwickeln? Ach, darüber mal. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Er dauert ja so eine Runde fünf Jahre, Alter. Ich glaube, das war in einem anderen Age of War auch so, was wir gespielt haben, dass das Ewigkeiten gedauert hat. Dann müssen wir wieder näher kommen, weil die haben zwei, das ist doof. Ich muss mal die Höhe erhöhen. Für 1000 Gold. Ja, das ist ein super tanky. So, haben wir die Höhe. Ich will jetzt noch keine Dings bauen, ehrlich gesagt. Kein, aber kein Zauber machen. Ich will einen neuen Tower bauen. Ich will jetzt noch mal die Schlange. Jo. Langsam kommen wir vor. Das Alert Guide will never faint. Bisschen mehr Schaden, ja. Ein bisschen Leben verloren. Ungünstig. Ja, auch schon? Ja. Ja, ich bin leider ein bisschen hinterher. Dummerweise. Ich würde ganz gerne mal ein Einkommen noch ein bisschen. Ah, guck mal, den Tempel kann nicht rauf. Priester. Die kann wahrscheinlich heilen. Okay. Ich werde näher schon nicht auch erst zwei. Ah, der denn da? Holy shit. Ach, den da. Ja, der sieht ziemlich übel aus. Also wie gesagt, ich glaube, die Kämpfe, die dauern Ewigkeiten. Das ist den Zauberer habe ich auch noch. Kann ich auch machen. Clean State. So, ein Kampfer der Hit, Turret Damage, Armored Damage, Infantry Damage. Satisfied. Anubis Warrior, da steht es auch, was die alle so machen. Was macht der Priester? Kein Plan. So, wie war der Fernkämpfer? Das ist ganz praktisch, wenn man den hat. Hm, naja, eigentlich nicht. Will ich jetzt nicht, wenn den Damage erhöhen. Wenn Sie beschauen, wie ich natürlich auch nicht bekommen habe, habe ich das aber dummerweise. Und hier können wir dann halt, achso, man sollte natürlich nicht zaubern, ne, kriegen wir hier die Punkte dafür, um weiterzuentwickeln, um uns weiterzuentwickeln. voll dämlich ich käme jetzt schon acht minuten sich leider ausgebaut scheiße wahrscheinlich mehr einladen von mir gekillt hat sich von ihnen aber ich kann gut aufrüsten infanterie der menschen mal erhöhen und zweiter nur bis ja das gut ist gut so ein spiel was einfach mal ewigkeiten dort ich habe auch schon leben verloren bedauerlicherweise mich sehr oft angreifen kann ja ich würde jetzt erstmal wieder hat er gab ein ding angriffen so ein drecksack da gab es mir direkt an warum tut er das warum kann er das ist ein griffon was können wir hier ein footman ich würde lieber die aufriffen weiter ein bisschen entspannter okay das ziemlich tanky aber gegen die magie die magie denke ich mir nicht dass wir da eine chance haben magie die magie die normalen ist ja ganz okay aber die magie sind halt mega stark naja schauen wir ein bisschen weiter vorkommen ein paar mehr griffe uns hier vorschicken 1400 gold kostet müsste gleich wahrscheinlich im nächsten in der nächsten ebene sein dummerweise ich warte jetzt einfach wieder bis wir bei mir sind ich will schon meine tower unterstützung haben 50 prozent damage also plus ich kann natürlich auch noch verbessern aber dann müsste ich ja abhängig sein von meinem was ja auch doof also kann sich auch die jahre so machen sondern sondern verteidigungs das weiter wieder zum verteidigungs verteidigungs taktik ist nämlich eingefallen schickt aber kanonform okay die kanon schon gekauft für 1000 also ich bin ja die ganze zeit so ein bisschen in der verteidigungsposition wird der mega schlimm wenn ich erst mal eben dann war dann ist es ja für mich genauso schwer in den namen zu kommen wenn er seine jetzt hat er schon fette bomben ich bin jetzt verkaufen war research dann ja ich glaube nicht dass sie diese eine mission zu ende bringen können eine large canon 65 bis 85 schaden aller schwede er ziehen wir mal rein 20 meter feuerrat und kommen wir sind zwei pro sekunde also fasst ihr die sekunde greift er an auf ihr böll euch natürlich auch jeden gehen da weg ok das hatte ich ungefähr das hier und wer das die kanone mein ding ist angreift ok das schon wieder weiter wir werden verlieren wahrscheinlich so mit dem falsch welche wie die einheiten und wir hören und das geführt immer mehr einheit als ich ja luftunterstützung für den arsch jetzt rollt er mich mit panzern um so ein typ er nein die panzer werden okay die panzer werden ganz gut aber die machen doch doch extra gut schaden diese gegner support units, armoured units wir können immer so ein bisschen den standard machen weißt du kostet ja nicht viel, die 300 bringt das bestimmt eine ganze Menge und er baut natürlich sein Kram weiter aus aber sogar da oben drei stück ich müsste immer wieder zu vorkommen dass ich eher die epochen erreicht als er jetzt ist ja holy shit dann schickt der cyberkicker raus das spiel ist schon ziemlich strange muss ich sagen aber in die tanks hat er gar keine chance aber jetzt kommen die bazookas gleich die haben schon amüsiert und da hat er seine komische Waffe seine laserwaffe just don't forget they're not real ich weiß nicht was ja gönn dir gönn dir, gönn dir das kenne den alter 10.000 gott gott raff haben wir für 5.000 craften oder haben wir für 10.000 spauen mhm, okay 600 bis 1400 schaden ja, es sieht nicht so geil für mich aus muss ich mal gestehen Egozyp ist sowieso im endzeit alle anzukommen das war's ich frage mich, warum ich mich nicht weiter heavy plasma cannon nicht mehr einheiten craften kann 10 ist ein bisschen wenig finde ich oder? ich meine guckt euch mal an der hat viel viel mehr, oder? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 das ist noch einmal 2, oder? da ist nur einer, okay ist kein tankmäßiger kein, kein panzermäßiger naja, da würde ich schon für Scott Raff sparen das sehe ich doch gerade schon aber gut, dass es ein normaler Spieler ist, ja also es wäre schlimm wenn wir jetzt gehen in 10 Spieler spielen wollen, ja dann hätten wir gar keine Chance das cannon heavy plasma cannon so, was man ja vorne eigentlich ich bin trotzdem schüße ab holy shit habe ich gesehen, ich habe damage bekommen So, zwei schwere Plasma-Kanonen. So, haben wir hier ein paar Gegner? Noch nicht genug. Ja, der wird definitiv gerade für Scott Raab sparen. So. Wenn der gleich tot oder fast tot ist, dann... Ziehen wir den Laser hinter. Ich weiß nicht, warum der Gena das nicht tut. Dann war es mal anlocken. Und jetzt war ich noch ein bisschen Gold. 1200 Gold habe ich gerade bekommen von dem Gegner. Holy moly. Weil ich bei den Heavy Plasma-Kanons nicht gesetzt habe, dann hätte ich den jetzt schon. Aber da man jetzt nicht mehr zum Zeitalter vorn schreiten muss, kann man durchaus seine Fähigkeiten benutzen. Ja, warten wir mal. Da kommt noch einer. Wunderbar. Und noch einer. Juuu. Damn, that's big. Na, schauen wir mal, was der alleine ausrichten kann. Oder ob er ein bisschen Unterstützung von hinten braucht. Ein bisschen Luftunterstützung, weißt du? Der hat 16.500 Leben, 2,6 Meter pro Sekunde. Relativ langsam, er ist ein Millie. Ist natürlich sehr uncool, wenn er jetzt ständig von den Viechern aufgehalten wird. Ich gewinne das übrigens mal. Mit der allerletzten Einheit. Weil der Kind ja ziemlich dumm hat, dass er das aber nicht getan hat. Aber wir werden trotzdem angegriffen. Weil die komische... Also es gibt immer nur vier Level, oder wie? Ja, jetzt darf man durchaus Werbung. Das ist absolut legitim. Ähm... Ich glaube, es gibt sogar... Das ist das gesamte Spiel auf der mittleren Stufe gewesen. Auf der normalen, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber normal steht jetzt nicht, dass ich es geschafft habe. Hack-Mode. Geh weg, Alter. Guck mal, ganz kurz nochmal hier. General. Okay, muss man kaufen. Oder? Ach nee, die kann man hier. Okay, die kann man... Known for swarming his low-ranked units, especially ones with clubs. Okay, also er überrennt den Giener mit einfachen Einheiten. Und er beschwört einfach mal irgendwelche Geister aus irgendwelchen Epochen. Ja? Rock-Sling-Shot, Mammoth-Catapult. Ah, das sind Geister. Geister. Weißbrot. Ich habe jetzt natürlich das Income ein bisschen hochgepusht, muss man sagen. Ja, das ist auch nicht so clever gewesen, vielleicht. Haben die angegriffen? Ja. Aber ihr seht, der hat schon einen Spartaner, ne? Das sind keine normalen... Huch, ein Sternchen. Ich hatte mit dem Sternchen. Ach so, wahrscheinlich muss der hinlaufen mit der Einheit. Ach so, nimmt er sich natürlich einfach. Na, warum nicht? Okay. Da dürfte man auf jeden Fall nicht gleich am Anfang auf Income gehen. Da verliert man sonst instant. Ähm, ja. Aber gut, Leute. Wir werden jetzt einmal kurz überrannt. Wir gehen jetzt mal ins Hauptmenü selber. Und, ähm, wir würden sagen, das war es gewesen. Mal angespielt zu Age of War. Ich habe es einmal durchgespielt, ne? Auf Normal. Und das zählen wir wahrscheinlich noch wahnsinnig schwierig. Äh, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Und bis dahin. Ciao, ciao.